Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial von QS. In diesem Video geht es um das Ändern des Zertifizierungssystems zu QS. Klicken Sie dazu auf der Startseite auf Datenbanken und anschließend auf Futtermittelmonitoring. Hier können Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Wählen Sie nun Stammdaten aus und klicken Sie anschließend auf Standorte. Um nun in der unten stehenden Liste alle Ihre angemeldeten Standorte zu sehen, klicken Sie oben rechts auf die beiden Pfeile. Wählen Sie einen Standort aus, indem Sie links davon auf das Bearbeiten-Symbol klicken. Klicken Sie nun auf Zertifizierungssystem bearbeiten und anschließend auf das Ordner-Symbol. Wählen Sie nun aus der Liste den Eintrag QS aus, indem Sie links davon auf den Pfeil klicken. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf Speichern und anschließend erneut auf Speichern. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video geholfen hat. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!